Die irakische Hauptstadt Bagdad, mit der man Anschläge und Krieg verbindet, ist seit der Besetzung Kuwaits durch Saddam Husseins Truppen 1990 kaum zur Ruhe gekommen. Embargo, US-Intervention, Bürgerkrieg zwischen den Konfessionen, islamischer Staat und eine desillusionierte Bevölkerung, die ihre Politiker als unfähig und korrupt betrachtet, unfähig, die Unabhängigkeit des Landes zu gewährleisten. Im Irak bleiben viele Fragen unbeantwortet. Wie gross wird die US-Präsenz nach dem angekündigten Abzug sein? Wird der Iran seinen Einfluss ausweiten, was nicht von allen Schiiten akzeptiert wird? Welche Zukunft für die Kurden? Und wird sich die Sicherheitslage aufgrund der Präsenz der IS-Miliz in der Region immer weiter verschlechtern? Heute geht es um den Irak, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Der Irak liegt mitten in Vorderasien. Das Land ist 435.000 Quadratkilometer groß und grenzt an die Türkei, den Iran, Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien. Das Klima ist vorwiegend trocken, aber die beiden mythischen Flüsse Tigris und Euphrat umschließen eine sehr fruchtbare Ebene, in der seit der Antike der größte Teil der Anbaugebiete und der Bevölkerung beheimatet ist. Aufgrund seiner geografischen Lage war der Irak von jeher ein Durchzugsgebiet. Das gilt sowohl für den Handel, denn er lag an zwei wichtigen Routen der Seidenstraße, als auch für Sprachen und Kulturen, denn er liegt am Schnittpunkt der Iranisch, der Turk- und der Arabischsprachigen Welt. 80 Prozent der Bevölkerung sprechen Arabisch und 20 Prozent kurdische Sprachen, die zum iranischen Zweig der indogermanischen Sprachen gehören. Dazu kommen Minderheitensprachen wie Turkmenisch, Aserbaidschanisch, Assyrisch und Armenisch. Diese sprachliche Vielfalt wird von religiösen Unterschieden überlagert. Die arabischsprachigen Iraker sind zu drei Viertel Schiiten und zu einem Viertel Sunniten. Aber auch die meisten Kurden sind Sunniten. Dazu kommen die Minderheit der Jesiden, eine Religion mit vorislamischen Einflüssen, weshalb sie ein bevorzugtes Ziel der IS-Milit sind, sowie weitere kleine Minderheiten, unter anderem assyrische, kaldäische und armenische Christen. Diese Völker- und Glaubensvielfalt hat natürlich einen großen Einfluss auf die Politik des Landes. Dazu müssen wir uns aber zunächst ein wenig mit seiner Geschichte beschäftigen. Der Irak gehörte seit Anfang des 16. Jahrhunderts zum Osmanischen Reich, wurde 1919 britisches Mandatsgebiet und 1921 ein eigenständiges Königreich. Großbritannien behielt jedoch weiterhin einen großen Einfluss, was wiederholt zu Aufständen führte. 1958 ergriffen Offiziere die Macht und riefen die Republik Irak aus. Die Junge Republik wurde bald beherrscht von der BAF-Partei, der Arabischen Sozialistischen Partei der Wiedererweckung, und erlangte ab den 70er Jahren eine gewisse Stabilität dank der Einnahmen aus den reichen Ölvorkommen und der Unterstützung durch die UdSSR. Die Frauen bekamen das Wahlrecht und die Kurden einen gewissen Grad an Autonomie. Aber 1979 geriet mit der Machtergreifung durch den 42-jährigen Saddam Hussein und die gleichzeitigen Machtübernahme durch Imam Khomeini im Iran das regionale Gleichgewicht durcheinander. Saddam Hussein brach mit dem sozialistischen Erbe des Landes, zog die alleinige Macht an sich und verstärkte die Beziehungen zu den Golfmonarchien. Er setzte auf eine Destabilisierung der iranischen Armee durch die Revolution wenige Monate zuvor und um sich die erdölreiche iranische, aber arabischsprachige Provinz Uzistan einzuverleiben, erklärte er dem Iran im September 1980 den Krieg. Aber seine Rechnung ging nicht auf und romenisch-schiitisches Regime ging aus dem bis 1988 andauernden Krieg gestärkt hervor. Saddam Hussein hingegen war geschwächt und die Verluste des Irak beliefen sich Schätzungen zufolge auf 130 Milliarden Dollar. Daraufhin versuchte Saddam Hussein 1990 die Ölvorräte des Nachbarlands Kuwait in seine Gewalt zu bringen. Die Truppen des Diktators besetzten das Land, mussten aber sieben Monate später einer internationalen Koalition unter der Führung der USA weichen. Im März 1991 wurde der Irak unter UN-Kontrolle gestellt und mit einem Embargo belegt, das ihn daran hinderte, sein Erdöl zu exportieren, die bei weitem grösse Einnahmequelle des Landes. Erneut geschwächt verstärkte Saddam Hussein seine Schreckensherrschaft gegen die Opposition, in erster Linie gegen die Kurden und die Schiiten. Die Jahre unter Saddam Hussein waren chaotisch für die irakische Bevölkerung. 2003 griffen dann die USA infolge der Anschläge vom 11. September unter George W. Bush und dem Vorwand, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen, den Irak an. Sie stürzten den Tyrannen, konnten aber keine dauerhaften demokratischen Verhältnisse schaffen und nun begann das Land, in einen regelrechten Bürgerkrieg abzugleiten. Der neuen US-geführten und von Großbritannien massiv unterstützten Koalition gelang es nach weniger als einem Jahr, die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Eine Übergangsregierung unterstützte die westlichen Ziele, aber ihre Politik sollte sich als tragisch erweisen. Denn der Chef der US-Zivilverwaltung, Paul Brammer, beschloss Mitglieder der Ba'ath-Partei von allen Ämtern auszuschliessen, obwohl es unter Saddam Hussein unmöglich gewesen war, ein Amt auszuüben, ohne Parteimitglied zu sein. Umgehend wurden 600.000 Beamte, Polizisten, Lehrer und Militärangehörige entlassen. Diese waren mehrheitlich Sunniten und hegten von nun an natürlich einen tiefen Groll gegen den Westen. Umso mehr als die Kurden und die Schiiten, die unter Saddam Hussein ausgeschlossen waren, nun als einzige in der Lage galten, eine wahre Demokratie aufzubauen. All diese Bedingungen mündeten schliesslich in einen Bürgerkrieg. Es kam zu Aufständen und sunnitische Iraker schlossen sich dem Dschihad an, um ihr Land von der Besatzungsmacht zu befreien. 2006 und 2007 kam es in Bagdad, Ramadi, Kerbela, Natchav, Hillakirkuk und Mosul fast täglich zu Anschlägen. Zwischen 2006 und 2011 starben dabei Schätzungen zufolge 120.000 Menschen. 2011 kam es erneut zu einer Wende. Die USA zogen aufgrund des Drucks im eigenen Land die meisten ihrer Truppen ab. 39.000 Personen. Aber der Irak war längst nicht befriedet. Die demokratischen Institutionen funktionierten nicht und das Regime war eins der korruptesten der Welt. Der Abzug der US-Truppen begünstigte dschihadistische Gruppen, die sich unter der Flagge des sogenannten Islamischen Staates zusammenschlossen. Für die Geschichte des Landes begann ein weiterer Albtraum. Tausende Anhänger des Dschihad aus dem Ausland schlossen sich der IS-Miliz an. Die Bewegung kontrollierte und plünderte Anfang 2015 auf dem Höhepunkt ihrer Macht ein riesiges Gebiet. Ganze Teile Syriens und des Irak. Daraufhin kehrten die USA in den Irak zurück. An der Spitze einer dritten internationalen Koalition flogen sie mit ihren Verbündeten massive Bombenangriffe gegen die Stellungen der IS-Miliz. Allein im Januar 2015 waren es 600. Am Boden wurden sie durch die irakische Armee und schiitische Milizen im Süden sowie durch kurdische Truppen im Norden unterstützt. Die Angriffe erreichten ihr Ziel und die IS-Miliz musste sich zurückziehen. Ihr Anführer Abu Bakr al-Baghdadi wurde im Oktober 2019 bei einem Luftangriff in Syrien getötet. Die USA und ihre Verbündeten hatten den Vormarsch der Dschihadisten also stoppen können, aber der Einfluss des Iran im Irak nahm nun zu. Denn Teheran finanzierte zahlreiche Milizen, die ebenfalls die IS-Miliz bekämpften. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump und der Verschlechterung der Beziehungen zum Iran soll dieser zahlreiche Operationen gegen die Verbündeten der USA in der Region organisiert haben. Manche seien von irakischem Gebiet aus mithilfe schiitischer Milizen durchgeführt worden, die dabei von der Nachsicht der pro-iranischen Regierung in Bagdad profitiert haben sollen. Nach einer Reihe von Angriffen und Gegenschlägen im Herbst 2019 wurde der iranische General Soleimani eine der führenden Figuren des Regimes in Bagdad mithilfe einer Drohne getötet, was zu wütenden Reaktionen Teherans führte. Die den USA zugeschriebene Tötung Soleimanis hatte auch zur Folge, dass das irakische Parlament den endgültigen Abzug der US-Truppen aus dem Irak forderte. Das bedeutet allerdings nicht unbedingt das Ende des Einflusses der USA im Land. Aber auch für Teheran war das kein eindeutiger Erfolg, denn die iranische Einmischung führte zur Entstehung einer Protestbewegung ab September 2019. Sich ausgegrenzt fühlende junge Iraker setzen auf ein irakisches Nationalgefühl jenseits der Kluft zwischen Sunniten und Schiiten und weisen jede ausländische Einmischung zurück, insbesondere die des Iran und der USA. Die Bewegung wird, falls sie staatlichen Repressalien widerstehen wird, auch den dritten grossen Bevölkerungsteil des Landes mit einbeziehen müssen, die Kurden. Diese haben die Schwäche der Zentralmacht ausgenutzt und dank der Kontrolle über die Ölvorkommen ihre Autonomie gefestigt. Diese Kontrolle hatten sie bereits über die Grenze ihrer autonomen Region hinaus auszuweiten versucht, als sie das Gebiet um Kirkuk mit seinen riesigen Ölvorkommen zwischen 2014 und 2017 eroberten. Die Zukunft des Irak ist weiterhin ungewiss und seine Unabhängigkeit nicht gesichert. Dazu kommt eine katastrophale wirtschaftliche und soziale Lage mit einer besonders hohen Jugendarbeitslosigkeit. Viele der jungen Leute gingen übrigens in die Falle des belarussischen Präsidenten Lukaschenko, der ihnen einen Weg in die EU über Minsk versprach. Das waren vor allem junge Kurden auf der Suche nach einem besseren Leben. Zum heutigen Thema empfehlen wir »Krieg im Orient über das Scheitern des Westens im Nahen und Mittleren Osten« von Ulrich Tilgner, erschienen bei Rowold. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und unsere geopolitischen Aspekte auf arte.tv. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017